Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play mit mir und Krissi. Hallo Leute. Ja, jetzt bauen wir das zweite Stockwerk, halt nicht so groß, ja. Ja, brauchen wir etwas Holz und noch die Hilfe von unseren Mitarbeitern. Ich habe ein bisschen Holz mit, da kannst du einfach lassen. Ich habe eingestellt, dass das selber nicht mehr so leckt. Was auch ein bisschen, aber nur kleines bisschen funktioniert hat. Aber das ist schon okay. Ah, verdammt. Ne, das ist okay. Eine Workbench, die ich mal hierhin machen. So, dann machen wir mal nochmal ein paar Stickies. Ja, toll, ich muss jetzt mit dem Hund raus, ey. Man hört schon deinen Hund. Hä? Man hört schon deinen Hund. Der schlägt bei mir im Zimmer, der jagt mich auch an, der muss raus. Meine Mutter sagt natürlich, ich muss gehen. Ja, okay, du kannst gehen, du kannst gehen, ich mach das schon. Und ich muss jetzt mal hier. Alles wegen meiner Buntle. Naja, egal. Okay, liebe Zuschauer, der Kursi ist morgen für fünf Minuten mal weg. Das ist kein Problem. Ich kann ja alles alleine machen. wir schaffen das nochmals geländer hier bauen und jetzt 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 So, und da werden wir nochmal ein anderes Stockwerk bauen, wo wir dann natürlich unsere Räume reinmachen zum Schlafen. Hier oben werden wir wahrscheinlich, ja, erstmal so eine Art Balkon machen, oder so eine Veranda, halt mal gucken, wie wir das machen. So. So, ganz kleines bisschen Distanz ändern, damit die FPS hochgehen. Und man sieht, das funktioniert. Ja, und dann müssen wir noch ein paar Holztreppen bauen. So, so, so und so. So, 64 dürften reichen. Obwohl das schon ein bisschen viel ist. Hm. Mache ich jetzt eine Doppeltreppe. So. Falls ihr noch Vorschläge habt, was wir bauen können, könnt ihr es ruhig sagen. Ja, wie gesagt, ihr könnt euren Vorschläge sagen. Ups. Tut mir leid für diese Töne. Das ist meine Mutter. So, dann machen wir das. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Hm, jetzt haben wir auch ein Problem. Und zwar müssen wir noch eine Schicht Stone Slapsen machen, weil das ja nicht alles... Sonst würde das so aussehen. Und ich glaube, das gefällt euch nicht. So. Dann sage ich mir mal Stone Slaps. Stone. numm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Zone 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 Das wird ja noch mal was, ey. So. Das ist so, wie ich gerade. Und jetzt Ach du Scheiße. Ops, Anna. Ops, Anna, Ops, Anna, Ops, Anna, Ops, Anna, Ops. Ops, Anna, Ops, Anna, Ops, Anna, Ops. 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 Sie bekommen es Dircraft. er hat schon so müssen schon immer er macht jetzt wiederum ich 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 für die gar nicht dann kommt es okay Stoffein doch so hast du noch halbesteine lege scheißen sie sind und nicht Koffen und nicht Prozent und Klausel in den Bildung und das sind ich bin ich lache gerade nein ja deine Schuldfahrt und kannst du wieder aufbauen verdammt ja ich wollte gerade sagen ja lass mal schlafen gehen bevor was passiert da war zu spät geht meine Erdkiste um die Erde ich bin gerade unter unterwegs zu tun meine Sachen ne die habe ich alle aufgesangt und brauchst keine Angst haben bis jetzt wieder komm jetzt wir gehen schlafen erstmal und dann beenden wir auch die Folge ich würde dir empfehlen einfach durchzuspringen ich bin jetzt am Schlafen kommst du? ja ich komm ich bin jetzt am Schlafen ja so liebe Zuschauer ich bedanke mich fürs Zuschauen äh hinterlass doch ein Like oder ein Abo äh tschüss bis zum nächsten Mal wir sind wir sind Amen abeern okay wir sind 明